Auf Bahn 4 sehen werden, ist absolute Weltklasse. Einfach zurücklehnen und genießen. In unfassbaren 9,86 Sekunden fliegt Ferdinand Umurva aus Kenia regelrecht zum Sieg. Die Zuschauer und auch er selbst sind völlig aus dem Häuschen und können es. Kaum glauben, das Stadion in Andorf kocht. Ich habe mich schnell gefühlt und die letzten 50 Meter waren dann einfach perfekt.